Hallo und Willkommen zurück zu Elseworlds. Wir waren jetzt da beim... ja wo sind sie eigentlich stehen geblieben? Ich vergesse es jedes Mal, obwohl das eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Jetzt müssen wir den Nachtweil noch mal machen. Oh, schwer. Warte, ja stimmt. Ja, scheiße. Nee, den mache ich nicht. Der ist zu schwer. Ich will nicht sterben. Meine Kristalle will ich noch behalten. Oh, dann machen wir es mal auch schwer. Und? Sind da andere Spieler? Ja, da warten wir halt mal. Okay, versuche ich ihn vielleicht doch mal. Einfach nur mal so. Ist er da? Ja. Komm. Es sind auch andere Spieler da. Jetzt müssen wir ihn schaffen. Alter. Die machen ziemlich viel Damage. Da ist er schon, dass er sich nicht mehr ansteckt! Ah, nein! Nein, stell weg! Nein! So, schön mal aus dem Kampf gepflichtet. So, jetzt machen wir nur Kreb-Treffer für eine Zeit. Das ist schon mal schön. Komm, ich will mehr Schaden als der Ad machen. Komm, wer kann das alleine? So, was alles alleine gemacht. Läuft bei mir. Aber ich hab fast kein Leben mehr. Ich muss jetzt echt mal auffassen. Wir spielen auf schwer. Okay, jetzt geht der noch. Auf Experte wäre das ein bisschen riskant. Vor allem beim Bus und bei ihm. Bei Magier hier sind ja eh immer stark. Vor allem später dieser Charmant. Die werden sowas vernerven. Also erstmal Blitz betäubt. Das ist immer gut bei diesen Items. Muss man nicht nach dem Gegner hin und macht trotzdem Schaden. Oh, der Boss ist ja gleich tot. Äh, er hat den letzten Schlag. Komm auch scheiße. Und ich find's bei den Aufnahmen echt scheiße, dass man meine Tastatur hört. Aber die ist wirklich ziemlich laut. Die ist zwar gut, die Tastatur aber halt nicht gut für Aufnahmen. Das ist echt scheiße. Aber man kann nix machen. Also ich will mir jetzt eigentlich extra neu gekaufen. Kupfer mit der Tastatur. Hier ist die Tastatur, die sind die Tastatur. Komm, komm, komm. Möchtest du nicht? Die Tastatur wird abgeholt. Ich habe jetzt einen Pallee zu denen. Was ich vielleicht hast, was ich nicht? Wie lange, umatmen muss ich weglegen. Und was ich will, der immer wieder los. Boah, noch geschafft, Alter. Jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren, ey. Boah. Puh, ja. Die guten Söltner Ritter hätten fast verloren. Nur in Rang A, hoffentlich vielleicht besser. Komm, 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 komm. Vom Schaden her, zumindest. Komm schon. Nein, aber ein bisschen nein. Nein, sie ist... Nein, nein. Okay. Abgelegt. Aber es war ja ungefähr gleich. Ich sag mal ja, unentschieden. Okay, ich bin ein schlechter Verlierer, aber mir egal. Ich brauche ihn nicht. Ah, nein. So, ich will die Quests noch geben. Und Level-Up. Noch ganz ein bisschen an Level-Up. Ich will endlich Klassenwechsel machen. So, was muss man jetzt mal machen? Unbekanntes Kartenfragment. Feld. Was wird dann da? Und ich zeige... Nachtwald? Was ist Nachtwald? Wo ist der Nachtwald? Äh, ja. Ja, ja. Wahrscheinlich die Pet-Quest. Okay, mach ich jetzt mal die Späne kaputt. Aber 20 Stück. Boah. Ich mag Feld-Quest überhaupt nicht. Die sind immer so langweilig. So, ja. Immer dasselbe. Und... Und... Naja. Ist halt auch oft so, dass Spieler einfach nur stressen. Zum Beispiel solche hochleveligen Spieler, die einfach alle Mobs killen. Obwohl die es nicht mal nötig hätten. Okay, ich muss zugen, ich habe das auch einmal gemacht. Aber weil ich halt nur mal die Skills vor meinem Testen... Kann man auch die killen? Ne, die ja sowieso nicht. Die sind nutzlos. Ups. Hat nicht so ganz geklappt. Ah, komm. Stimmt. Ich meine, ich meinte eigentlich die vorher. Ob man die da... Äh, auch killen kann für die Quest. Ja, kann man. Okay, alles gut. Wann, ist immer fähig jetzt. Ja. Die Kratzer ist alles gut. Labalaam. Oh, ja. Ich habe ja diesen Skill auch noch. Die vergesse ich halt immer, ey. Mann. Oh, kann ich mich einsetzen. Verdammt. Habt ihr davon? Für den Anfang ist der Skill ganz in Ordnung. Aber später nicht mehr. Oh, fast kein Krat mehr. Oh, ich habe eine andere Mission auch geschlossen. Verdammt. Komm. Ich stehe. Oh, peum, peum. Wie heißen sie? Vendor Rumble? Warum hat er eigentlich so viele Leute, dieser Loser? Ja, er kann doch gar nichts. Ups. Oh, jetzt muss ich eigentlich die Leichtattacke machen, bekomme ich mehr Mono. Hopp, geh runter. Geh runter. Hopp, 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 hopp. Runter. Geh runter. Oh, verdammt. Jetzt gehst du runter. So. Hab ich's abgeschlossen hier. Ganz easy und geschmeidig. So, was muss ich jetzt machen? Bin das Höhle. Bin das Höhle. Oh, 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 oh. Ich mach das jetzt mal auf normal. Und? Nein, okay. Ich mach's alleine auf normal jetzt mal. Komm, schaff mal so auch. Ist ja noch alles easy. Später ist es ein bisschen eng. Ja, ich verstehe. Gut, wir versuchen es. Ja, wir versuchen es mal. Okay. Das ist schon easy. Oh nein. Entschuldigung. Muss mal raus hier. Ich muss mal Überfall einsetzen. Oh, ich hab losgekommen. Bestimmtes Systemnachricht. Oh, genau. Ich nehme es uns anwendig. Aua. Ja, ich hasse diese Fläger, muss ich hängen sich immer an eigentlich. Muss man erstmal abschütteln. So, jetzt mal Geschmalkchen setzen. Yeah, cool. Oh. Oh. Wie kennen wir dringend? Großer Ruto Poru. Äh, großer Ruto. Jetzt kommt. Oh, zu viele Gegner. Oh, alle kommen die hin. Na ja. Oh, der lebt noch. Oh, frischkollt die, er lebt. Oh, der lebt jetzt her. Au, 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 au. Komm. Warum fähle ich das jetzt so? Immerfall. Jo, no. Komm, 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 komm. Okay, ja, auch jetzt ist das easy. Ich sag ja, normal ist immer easy. Das ist gerade, das ist langweilig. Aber wenn da kein anderer Spieler ist und kein NPCs oder sowas, ist das ein bisschen scheiße. Oh, ich wollte das ja nicht gar nicht einsetzen. Hop, kommt, ah, der runter. Hop, hop, kommt. Hopp. Okay, der ist vielleicht tot. Ja, und er springt. Oh, warum setze ich das zweimal an? Bin ich dumm? Oh, oh. Vielleicht die halten schon ein bisschen mehr aus. So, geklärt hier. Oh, eins einsammeln. Circa gut. Wie viel Ebenen noch? Oh, jetzt bin ich schon beim Boss. Vielleicht mal einsetzen, dass ich das so nicht machen muss. Wie heißt dieser Modus überhaupt? Das wusste ich früher mal. Ey, einfach super sehr, schön Modus. Oh, krass ey. Verdammt. Oh, sorry. Oh, scheiße, ich mach's mir ganz gut. Alter, fett dich. Oh, scheiße, deswegen. Ich hab nicht genug Mana, um das einzusetzen. Und ich ganz vergessen, ich brauch keine Mana für. Was? Pfft. Oh, komm hier. Sind schon wieder angezozt. Oh. Ohne. Ja, so schweig auch nicht. Oh, und dieser Bräge dich ab. Oh, oh. Oh, Anfänger, ich bin kein Anfänger. Leidige es mich nicht. Außen ist er ein billiger Bus. Er schafft es jeder. Hey du Anfänger! Was hat er mit seinen Anfängern? Na ja. Und er konnte sie nicht mal aussprechen. Haha. Soooong. Ah. Wie immer. Ich hab nur einmal LS gemacht. Ich bin voll schlecht. Aber einfach scheiße. Was denn? Brauchen wir jetzt nicht. Doch! Nein, hängt es? Was hängt? Nein. Nein. Nein, nein. Oh nein, schon wieder die. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja. Was? Hä? Wieso ein anderes Level Up? Vielleicht das mal skillen. Was das wohl bedeutet? Pfff. Fragen über Fragen. Oh, diese Waffe werde ich auf jeden Fall upgraden. Oh, leuchtet denn nachts. Eltrezora. Hm. Das sieht besser aus. Das da. Einfach mal ausrüsten. Alles was besser ist. Oh blöbel 16. Scheiße. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Hab ich schon, ja hab ich. Ah, wieder Brenner Säu. Hoffentlich sind da jetzt paar Spiele. Komm. Ja, natürlich sind da Spiele. Ehhhhh... gleich mal warten hier .. Nih, nihon, falsch noch.. Hier hessen aber auch keine Spiele mehr, eigentlich ist es auch immer so überfüllt Vor allem sind sie jetzt Sommerferien und warum sind sie keine kleinen Kinder? Müsst nicht auch sein... Hier sind ja nicht mal Feinde! Was ist hier los? Hol-da.. Jetzt! Watt! ARTUH! Ich hasse es aber! Welchen Noobs senden das immer? Wer... Wo war auch die los? Ja, hier auf Fetch hab ich's, ne? Ok, den vierten hab ich nicht geschafft. Ich kann nur drei immer. Okay. Komm, wann geht's los? Es sind schon fünf Leute. Ja, zu vier, es kommt. Jetzt lehnt aber keiner ab. Ja, ok, gut. Oh nein, ich bin der Schlechteste. Ok, ich werde auf jeden Fall nicht die höchste Combo haben. Ah, weil da glaube ich noch einen mit einem 19er L-Assist ist? Nein, das ist ein... Alles wird okay. Wir versuchen es! Wir versuchen es! Schaffen wir schon. Komm, einfach vorrennen, hier, zack. Boah, diese gescheuhe Ohren weg. Bei diesen Spielern weg. Okay. 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 So viel geht es auf jeden Fall schnell. Dass jetzt wohl gehen wir gehen rein. Ah ja, was hast du denn! Ah ja, was ist das ist hier? Ah ja, was bist du denn? Ah ja, was ist das da?! Ah ja, was ist das da?! Wie ist das da?! Das hier ist das so. Ja. Wann ist das da?! Ich bin das da?! Na ja. Komm, komm, hier, schneller! Oh, Danger, Vampirkönig. Hopp, ich will seinen Chart haben. Okay, das ging ziemlich schnell. Kein Chart, oh, Mann. Oh, am Dach jetzt. Oh, da hängt noch was. Oh. Ab zum nächsten... Typ. Ja, ist denn schon mal Boss? Nice! Coole Kostüme. Brauche ich nicht. Oder besser gesagt, Turner. Und dann halt wieder der, der jetzt gegen Anfänger hat. Oh, pff. Hier ist der Anfänger! Hier sind voll die Anfänger! Na schon, Alter, schon wieder uns! Mir hat das immer weht. Ja. Ja, ja, ja. Perfekter Move. Aha! Okay, bei der Kronbus, da konnte ich ja keine Kronbus machen. Das ist der König hier, ja. Wie großartig! Oha, ich hab nicht mal am wenigsten Schaden gemacht. Ist schon die Ava, oder? Das weiß ich jetzt grad nicht. Ich sehe den Namen nicht. All die Schnauze Ava. So. Ich mach, denk ich mal, bisschen die Lautstärke runter. Bisschen laut. Autsch. Äh, war immer falsch. Kommt hier. So. Erstmal wegpushen hier, und dann... ...Quest abgeben. Level Up! BOW! Äh, ist irgendwas besser da? Ja, dann sehe ich wieder das. Oh, da war ja noch was. Nein, nicht besser. Okay. Hat sich geklärt. Erstmal, Skill... ...immer... So, aber ich will jetzt sagen, ...das war's erstmal. Und wenn's euch gefallen hat, dann schaut nächstes Mal vorbei. Bei Erlswald. Ciao.